Oh, Mathematik. Oh Mann. Ah, okay. Wurzelrechnung. Was ist die Wurzel aus 289? Die Quadratwurzel von 289 ist 17. Aber irgendwie habe ich gar keinen Dock mehr hier. Mathematik. Vielleicht nach draußen gehen? Wie wird das Wetter heute? In Buchholz beträgt die Temperatur aktuell 17 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt eine wechselnde Bewölkung voraus, mit einer Höchsttemperatur von 20 Grad und einer Tiefstemperatur von 10 Grad. Das geht doch eigentlich. Monitor aus.